Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video über die Christengemeinschaft. Wenn ich mit Leuten über die Christengemeinschaft rede, entsteht meistens erst mal eine Begriffsverwirrung, denn ich selber komme aus der sogenannten Gemeinschaftsbewegung und wir reden sehr oft von der Gemeinschaft der Christen und wir sind eine Christengemeinschaft, aber die kirchliche Organisation, die sich dezidiert Christengemeinschaft nennt, kommt aus einer ganz anderen Tradition und über die möchte ich heute mal mit euch ein bisschen nachdenken. Es ist, wie ich hier auch schon geschrieben habe, Kirche auf Anthroposophisch. Die Christengemeinschaft ist also sozusagen der kirchliche Arm der Anthroposophie. Was die Anthroposophie ist, dazu hat dieses Video nicht genug Zeit und Raum, das näher zu erläutern. Es ist kurz gesagt die Weltanschauung Rudolf Steiners und Rudolf Steiner hat diese Weltanschauung, seine Anthroposophie für den christlich-liturgischen Bereich sozusagen adaptiert und hat Anfang der 20er Jahre eine Kirche gegründet auf dem Boden einer anthroposophischen Weltanschauung, hat dafür Texte und ein Glaubensbekenntnis verfasst und diese Texte von Rudolf Steiner sind eine wesentliche Grundlage dieser Christengemeinschaft. Sie gelten als eine durch Rudolf Steiner vermittelte göttliche Offenbarung und dürfen auch bis heute nicht verändert werden. Da kommen wir nachher noch zu, was das für Konsequenzen hat. Die Christengemeinschaft versteht sich daher tatsächlich als eine neue Art von Kirche, als die Kirche, die heute eigentlich dran ist, müsste man sagen. Sie sagen, sie sind die dritte Kirche, nachdem es am Anfang so die erste Kirche von Petrus gab, die katholische Kirche. Danach gab es die Kirche, die von Paulus her kam, die evangelische Kirche. Und die Christengemeinschaft versteht sich jetzt als die johannäische Kirche, die dritte Kirche, die eigentlich für dieses Zeitalter da ist und die anderen Kirchen im Grunde auf eine gewisse Art und Weise ablöst oder überbietet. Die Christengemeinschaft versteht sich dabei als eine Kirche mit völliger Lehrfreiheit, ohne Dogmen. Das ist was ganz Neues. So was gab es in der Kirchengeschichte noch kaum. Aber wenn man sich das näher anschaut, merkt man, welche tragende Rolle die Anthroposophie von Rudolf Steiner in dieser Kirche besitzt. Deswegen hat die Christengemeinschaft auch vor allem dort Zulauf, wo es anthroposophische Einrichtungen gibt, vor allem Waldorfschulen. Dort ist dann ein Klientel, das sozusagen vorgebildet ist, um die Begrifflichkeit der Christengemeinschaft zu verstehen und auf diese Art und Weise christlichen Glauben zu praktizieren. Ich selber habe seit vielen Jahren Kontakt hier zur Marburger Gemeinde der Christengemeinschaft, habe da viele Veranstaltungen schon besucht und mit meinen Studierenden von der Evangelischen Hochschule Tabor haben wir dort Gottesdienste besucht und auch mit dem Priester und der heutigen Priesterinnen Gespräche geführt. Von daher habe ich manches gelernt über die Christengemeinschaft, manches mir noch zusätzlich angelesen und möchte versuchen, das hier mal verständlich zu machen und zusammenzufassen, was über die Christengemeinschaft zu wissen ist und was es dazu zu denken gibt. Wir beginnen mit der Geschichte der Christengemeinschaft, nachdem wir sie jetzt mal so grundsätzlich eingeordnet haben. Wie gesagt, Rudolf Steiner ist die entscheidende Figur. Er gründete 1913 die Anthroposophische Gesellschaft. Die hat ihr Zentrum in Basel mit dem Goetheanum, also in der Nähe von Basel in Dornach, genauer gesagt in der Schweiz. Steiner hat eine neue Weltanschauung entwickelt und hat durch diese Weltanschauung durch vielfältige Vortragsreisen begründet und verbreitet die Anthroposophie, also die Weisheitslehre vom Menschen, könnte man sagen. Das Ziel dieser Lehre ist es, dem Menschen zu helfen, durch Meditation, durch Bewusstwerdung eine höhere Bewusstseinsebene zu erhalten, eine höhere Stufe der Erkenntnis, um dann mit dem Leben richtig umzugehen. In Waldorfschulen wird heute mehr oder weniger indirekt vielfach diese Lehre von Rudolf Steiner mit eingeflochten. Seit 1921 gab Steiner dann auch bewusst in Vorträgen einige Impulse, auf welche Art und Weise die Anthroposophie ein erneuertes Christentum schaffen könnte, ein Christentum anthroposophischer Prägung. Er fand einige Menschen, die daran sehr interessiert waren, gerade nach dem Ersten Weltkrieg war man sehr erschüttert, enttäuscht von den Kirchen und gerade viele evangelische Pfarrer hatten das Vertrauen in ihre Kirche völlig verloren, dadurch, dass die Kirche so im Ersten Weltkrieg mitgemacht hat und die ganzen Zerstörungen, die dann dadurch resultiert waren. Und so fand Steiner, also interessierte Zuhörer, für eine neue Art von Christentum und man traf sich dann im September 1922 und hat am 16.09. in Dornach im Grunde diese Christengemeinschaft gegründet vor jetzt gerade gut 100 Jahren und hat die erste sogenannte Menschenweihehandlung vollzogen, so nennt sich der Gottesdienst in der Christengemeinschaft und hat die ersten Mitglieder zu Priestern geweiht, damit sie Gottesdienste halten können. Die Gründungsmitglieder waren tatsächlich zumeist evangelische Theologen. Es waren auch ein paar wenige Frauen auch schon von Anfang an dabei und man vereinbarte eine hierarchische Leitungsstruktur mit einem bischofsähnlichen Amt an der Spitze. Das nannte man dann Erzoberlenker. Der erste Erzoberlenker war dieser Mann hier, Friedrich Rittelmeier. Er war vorher evangelischer Pfarrer gewesen, ist dann aus der evangelischen Kirche ausgetreten, hat sein Pfarramt aufgegeben und wurde der erste Erzoberlenker der Christengemeinschaft. Er, wie ihr seht, hat bis 1938 gelebt. Er stand dem NS-Staat relativ positiv gegenüber, hat in dem ganzen Nationalismus mitgemacht, auch in der Judenfeindschaft. Das wird heute sehr kritisch gesehen. Sein Nachfolger wurde dann Emil Bock. Wie ihr seht, der hat dann bis 1959 gelebt. Er hat sehr viele Schriften publiziert, damit die Christengemeinschaft stark geprägt. Dieses Amt des Erzoberlenkers gibt es bis heute. Aktuell ist der Erzoberlenker hier Joao Torunski, ein jemand aus Brasilien. Und ja, die Christengemeinschaft ist also, wie ihr daran schon seht, eine weltweite Gemeinschaft inzwischen geworden. Hier im deutschsprachigen Bereich gegründet, in der Schweiz und in Deutschland, aber mittlerweile auf allen Kontinenten vertreten, in über 30 Ländern. Trotzdem noch eine relativ kleine Gemeinschaft. Also weltweit schätzt man ungefähr 35.000 Mitglieder. Davon in Deutschland so 10.000 bis 20.000. Also man könnte sagen, so die Hälfte aller Mitglieder sind hier so im deutschsprachigen Bereich. Die andere Hälfte verteilt sich auf den Rest der Welt. In Deutschland gibt es 140 Gemeinden und neben diesen 10.000 bis 20.000 erwachsenen Mitgliedern rechnet man mit ungefähr 50.000 Freunden, die so im Dunstkreis Leben und Veranstaltungen der Christengemeinschaft besuchen. Das Interessante oder Seltsame an der Christengemeinschaft, was mich immer wieder verwirrt, ist, dass ich so denke, von dem, wie sich die Christengemeinschaft gibt und darstellt, passt sie eigentlich sehr gut in die heutige Zeit. Wir werden das noch sehen. Sie hat Lehrfreiheit. Man kann glauben, was man will, könnte man fast sagen. Man ist sehr synkretistisch offen. Selbst die Hauptamtlichen, da gibt es keine Lehrzuchtverfahren oder so, dass einer irgendwie was Falsches sagt, wie bei evangelischen oder katholischen Theologen. Man ist sehr offen auch dafür, vielleicht auch sogar esoterische oder fernöstliches Gedankengut mit einzubauen in die eigene Theologie. So wie viele Menschen das heute machen, dass sie sich so ein bisschen aus vielem einen eigenen Glauben zusammensuchen, sodass ich eigentlich denke, die Christengemeinschaft müsste starken Zulauf haben, aber hat sie nicht. Die Mitgliederzahlen stagnieren, wie bei allen anderen Kirchen auch. Auch der Christengemeinschaft gelingt es nicht, ihre Mitgliederzahlen signifikant zu erhöhen. Da können wir am Ende nochmal drüber nachdenken, woran das so liegt. In Deutschland ist man offiziell anerkannt als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Man hätte dadurch auch die Möglichkeit, Kirchensteuern staatlich einziehen zu lassen, so wie das die großen Kirchen machen. Das macht die Christengemeinschaft aber nicht. Man finanziert sich rein aus Spenden der Mitglieder wie eine ganz normale Freikirche. Die Mitglieder spenden ihr Geld, damit der Priester ein Gehalt bekommt. Mitglied wird man nicht durch die Taufe, sondern durch einen Entschluss als Erwachsener. Man entscheidet sich sozusagen, Mitglied zu werden, wie bei Freikirchen. Die deutsche Zentrale der Christengemeinschaft ist in Berlin. Früher war sie in Stuttgart. Die Gesamtkirche, die Weltkirche wird aber von den Niederlanden ausgeleitet und hat dort nach niederländischem Recht eine Struktur. Es gibt zwei Ausbildungsstätten in Deutschland. Eine in Stuttgart, eine in Hamburg, wo man ein dreijähriges Studium absolvieren kann zum Priester oder zur Priesterin. Dann kommt noch eine Praxisphase und dann folgt die Priesterweihe und dann kann man eine Gemeinde übernehmen. Wie sieht so das Leben dann aus in so einer Gemeinde der Christengemeinschaft? Der Kultus. Wenn man eine Kirche der Christengemeinschaft besucht, dann staunt man erst mal oder es irritiert. Die Kirchen sehen schon ein bisschen anders aus, als man es sonst so gewohnt ist von evangelischen oder katholischen Kirchen. Ich habe hier ein Bild von einer Kirche, ich glaube in der Schweiz. Ja, es wirkt auf den normalkirchlichen Besucher oft sehr bunt. Farben spielen eine große Rolle. Die Formen sind auch anders. Es ist anthroposophisch geprägt von den Farben und Formen, von der Architektur. Mittelpunkt des kultischen Lebens ist der tägliche Gottesdienst, die sogenannte Menschenweihehandlung, die normalerweise an jedem Tag gefeiert wird. Das ist so, ja, man kann sagen, vielleicht so eine Art bereinigter katholischer Messe. In diesem Gottesdienst, würden wir evangelischen sagen, wird eine Lesung gemacht von einer sogenannten Epistel. Das ist ein von Steiner selbst formulierter Text. Dann wird ein Bibeltext vorgelesen, der, wenn der Priester dazu fähig ist, selbst übersetzt worden ist aus dem griechischen Urtext. Und dann folgt diese Menschenweihehandlung, dieser Gottesdienst, einer ganz minutiös festgelegten Liturgie. Die ist wortwörtlich festgelegt. Die hat Rudolf Steiner so entwickelt. Und die muss überall genau so ablaufen. Mir hat mal ein Priester von der Christengemeinschaft gesagt, dass er im Priesterseminar sozusagen von dem Original von Steiner das Wort für Wort abgeschrieben hat. Und daran hält er sich bis heute, wenn er die Liturgie zelebriert. Dazu gehört eine kurze Predigt auch. Die ist frei. Die kann sozusagen jeder Priester dann selber gestalten. Eine Auslegung des Bibeltextes. Mitte und Höhepunkt und liturgisch festgelegt ist dann aber sozusagen das Abendmahl, würden wir evangelischen sagen, das sehr katholisch anmutet im Sinne einer Opferung, einer Wandlung und dann der Kommunion, aber ohne ein Sündenbekenntnis, ohne Absolution. Das Thema Sünde kommt da nicht drin vor in dieser Abendmahlsfeier. Und die Christengemeinschaft sagt, man kann diese Menschenweihehandlung nicht erklären. Du kannst dir auch nicht durchlesen, was da so gemacht wird und dann verstehen. Deswegen hat man den Text der Liturgie der Menschenweihehandlung auch über viele Jahrzehnte gar nicht veröffentlicht. Der war quasi geheim. Erst in den letzten Jahren ist der öffentlich geworden. Aber sie sagen, lese dir das am besten gar nicht durch, sondern komm zu einer Menschenweihehandlung. Nur in der Erfahrung merkst du, welche Kraft da wirklich dahinter ist. Feier diese Menschenweihehandlung mit. Erst da sozusagen entwickelt sich das Eigentliche. Es dreht sich um das Erlebnis in der Liturgie. Erfährst du Gott sozusagen. Warum heißt das Ganze Menschenweihehandlung? Das soll deutlich machen, dass die Teilnehmenden durch die Feier sozusagen wahre Menschen werden. Der Mensch wird geweiht. Er verbindet sich mit dem Göttlichen. Man gelangt zu wahrem Menschentum. Indem ich diese Menschenweihehandlungen mitfeiere, werde ich immer mehr der Mensch, der ich sein soll. Die Teilnahme ist immer ganz offen für jeden Erwachsenen ohne weitere Voraussetzungen. Jeder kann daran teilnehmen. Auch Besucher können gerne mit dazukommen. Neben der Kommunion in der Menschenweihehandlung gibt es sechs weitere Sakramente. Die Taufe, die Konfirmation, die Trauung, die Priesterweihe, die Beichte und die Sterbeölung. Sieben Sakramente. Wer sich auskennt in der Theologie, der weiß, dass das die Zahl der Sakramente auch in der katholischen Kirche ist. Woher kommt das? Rudolf Steiner kommt aus einem katholischen Hintergrund. Und das merkt man sehr stark auch bei der Entwicklung der Liturgie und der Ausgestaltung der Christengemeinschaft. Obwohl die meisten Gründungsmitglieder evangelische Pfarrer waren, kriegt das Ganze eher so ein katholisches Gefärbe von der Liturgie her. Neben den sieben Sakramenten gibt es auch noch weitere kultische Handlungen. Eine spezielle Sonntagshandlung für Kinder, Tagesendfeiern, Bestattungen und so, die dann mit Sakramenten verbunden sind, aber nicht selber Sakramente sind. Zur Taufe vielleicht nochmal ganz besonders. Die Taufe wird nur an Kindern vollzogen, vom Säuglingsalter bis zur Konfirmation. Sie wird verstanden als ein Passageritus der Seele, die aus dem Himmel jetzt kommt, in einen Körper eingeht und die durch die Taufe jetzt zu ihrer irdischen Aufgabe geleitet wird. Die Taufe bei der Christengemeinschaft ist für evangelische und katholische Christen schon sehr anders. Dem Täufling wird dabei zunächst mit Wasser ein Dreieck auf die Stirn gezeichnet, dann mit Salz ein Viereck aufs Kinn und dann mit Asche ein Kreuz auf die Brust. Damit sollen Leib, Seele und Geist der Beziehung zum Vater, Sohn und Geist einverleibt werden. Da sehen wir schon, wir kommen jetzt hier in die theologischen Fragen rein, die sich dann auch liturgisch ausdrücken, die ganz anders sind als so in anderen christlichen Kirchen üblich. Gerade bei der Taufe gibt es da große Differenzen zu anderen Kirchen. Weshalb die Taufe auch von den meisten christlichen Kirchen nicht anerkannt wird, da zum Beispiel auch die normal übliche Taufformel gar nicht verwendet wird. Also ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lese euch mal einen Text vor, der so am Anfang einer Tauffeier gelesen wird oder vorgetragen wird. Da merkt man schon so ein bisschen von einer ganz anderen oder ungewohnten Prägung der Christengemeinschaft. Da heißt es in diesem Text zur Taufe, Das sagt also der Priester. Er fährt fort. Meine liebe Taufgemeinde, diese Seele, die herabgesandt aus der Geist in die Erdengemeinschaft, wir sollen sie empfangen und tragen in die Gemeinde des Christus Jesus. Sie stammt dem Leib nach aus göttlicher Weltenkraft. Sie stammt der Seele nach aus göttlichem Wirkensworte. Sie soll der Geistessphäre leben aus göttlichem Geistesziel. Das war mal so ein bisschen ein Original-Wortlauteindruck aus so einer Christengemeinschaftszeremonie. Die Priester tragen dabei liturgische Gewänder. Die sehen auch ein bisschen eigenartig aus. Also manches ist einfach anders und erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Die Frage ist ja nur, muss anders gleich schlecht sein oder muss das abgelehnt werden oder kann das anerkannt werden? Dazu muss man natürlich inhaltlich betrachten, was dazu zu sagen ist. Das wollen wir jetzt im nächsten Schritt tun. Nur eine kurze Sache noch. Es gibt von Anfang an auch die Frauenordination bei der Christengemeinschaft. Das war keine Frage, schon vor 100 Jahren. Kommen wir jetzt also zur Frage der Lehre. Was genau möchte jetzt die Christengemeinschaft und was vertritt sie an Lehre? Wie gesagt, sie haben eigentlich eine Lehrfreiheit und trotzdem gibt es ein Glaubensbekenntnis, das durch Rudolf Steiner selbst formuliert worden ist und wo auch ein starker anthroposophischer Einschlag eben drin vorkommt. Und da die liturgischen Texte wie auch so ein Glaubensbekenntnis unveränderlich sind und gelten als eine von Steiner vermittelte göttliche Offenbarung. Deswegen haben diese Texte schon ein sehr starkes Gewicht und prägen auch die Theologie. Und wir werden jetzt hier sehen, wie sich christliche Theologie und Begrifflichkeit mit einem ganz anderen Einschlag vermischt, den wir in der Theologie eigentlich als einen gnostisch-esoterischen Einschlag verstehen müssen. Wir schauen uns dieses Glaubensbekenntnis mal an. Ich habe es euch hier mit abgedruckt auf den Folien. Da heißt es, Ein allmächtiges geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. Also vielleicht habt ihr das normale apostolische Glaubensbekenntnis ein bisschen im Ohr. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Daran ist das angelehnt, aber doch sehr anders ausgedrückt. Und die Frage ist immer, drückt dieser Satz das Gleiche aus wie das apostolische Glaubensbekenntnis oder steckt hier eine ganz andere Theologie dahinter? Zweiter Absatz. Jesus Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tod der Materie entreißen kann. Durch ihn kann der heilende Geist wirken. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilbringende Macht des Christus empfinden. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Soweit das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft. Und ihr könnt mal überlegen, bekennen diese Menschen mit diesem Bekenntnis das Gleiche, wie evangelische und katholische Christen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Oder ist das was anderes? Es gibt ein großes Handbuch, Weltanschauungen, religiöse Gemeinschaften, Freikirchen, das von der evangelischen Kirche herausgegeben ist. Die haben dieses Glaubensbekenntnis mal analysiert und sind zu folgender Beurteilung gekommen. Ich zitiere, Das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft ersetzt biblisch-personale Begriffe durch esoterisch-anthroposophische, die nur in diesem Kontext verstanden werden können. Aus Gott, dem Vater, wird das allmächtige geistig-physische Gotteswesen. Aus dem Schöpfer wird ein Daseinsgrund. Statt der von der ganzen Christenheit verkündeten Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus, übernimmt die Christengemeinschaft die Trennung von Jesus, dem Menschen, und Christus, der göttlichen Wesenheit. Der Mensch, Jesus, wird zur Hülle für die Christuswesenheit. Aus der Auferstehung der Toten wird die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins. Dem materiellen Tod werden durch Christus jene entrissen, die es durch ihr eigenes Verhalten verdienen. Aus dem heiligen Geist wird der heilende Geist. Und die Auferstehung der Toten wird zum Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Also aus biblisch-personalen Aussagen der Beziehung Gottes zu uns Menschen werden esoterisch-spekulative Formeln, die nur in anthroposophischem Kontext verstanden werden können. Das ist sozusagen die These und die Beurteilung der Theologie der Christengemeinschaft aus evangelischer Sicht. Auch die katholische Sicht ist genau die gleiche. Man sagt, die Christengemeinschaft hat eigentlich eine gnostische Theologie. Die Gnosis, da gibt es ein eigenes Video von mir dazu, könnt ihr euch anschauen, die Gnosis war eine Weltanschauung, die so im 2. und 3. Jahrhundert die Christen in großen Aufruhr versetzt hat und mit der man sich stark auseinandergesetzt hat und sie schlussendlich abgelehnt hat. Und ja, solch eine gnostische Welt- und Menschensicht taucht aber immer wieder auf. Und die Christengemeinschaft ist vielleicht eine der stärksten Kirchen, die solche gnostischen Gedanken heute wieder verbreiten. Ich habe nochmal einen Text mitgebracht von der Christengemeinschaft selber, so aus dem Internet gefunden, wo sie so darstellen, was sie eigentlich glauben. Und da fassen sie das so zusammen. Der Mensch ist seinem Wesen und seiner Bestimmung nach Bürger zweier Welten, einer übersinnlich geistigen und der irdisch natürlichen. Durch Religion verbindet sich der Mensch im Leben zwischen Geburt und Tod in aktiver Weise wieder mit der Welt seines Ursprungs. Christus ist der Schöpfer der Welt, der Sichtbaren wie der Unsichtbaren. Er ist in Jesus von Nazareth Mensch geworden und hat durch sein Leben, durch Passion, Tod und Auferstehung die Menschheit vom Untergang errettet, sozusagen erlöst. Seither kann der einzelne, bewusst Christussuchende Mensch die Verbindung mit ihm finden. In ihr erfährt er ein neues Leben und sein Fortbestehen. Geburt und Tod sind Tore, durch die das Menschenwesen in das Leben herein und aus ihm herausgeführt wird. Deshalb muss heute neben eine neue Lehre von der Unsterblichkeit des Menschen eine von seiner Ungeborenheit, Präexistenz, also dass wir schon vor dem Tod da waren, als Geister, das muss neu entwickelt werden. Denn das gibt es in der Bibel nicht. Durch die Eltern entsteht der Leib des Menschen. Seele und Geist jedoch entstammen höheren Daseinsbereichen. In seinem Schicksal offenbart sich, was früher bereits vorbereitet wurde und später durch ihn weitergebildet werden soll. Auf Erden soll er durch Christus zur Freiheit finden und so auch zur Kraft unegoistischer Liebe. Das ist das Ziel, Freiheit und Liebe. Wie sehen wir das? Vieles hört sich so an, als ob wir das doch mit unserem Glauben sehr parallel setzen könnten. Und glauben die nicht das Gleiche, die Mitglieder der Christengemeinschaft? Die evangelische Kirche hat seit dem Zweiten Weltkrieg viele Gespräche geführt mit der Christengemeinschaft. Es gab Konsultationen, Austausch, Dialog. Viel wurde hin und her geschrieben. Und man hat am Ende doch festgestellt, das ist irgendwie doch ein anderer Glaube. Denn neben die Bibel tritt hier eine andere Weltanschauung, die Lehre von Rudolf Steiner als Offenbarungsquelle. Die wird genauso hoch gesehen wie die biblischen Aussagen. Werden die Schriften von Steiner gesehen und einzelne Aussagen. Sodass man sagen muss, das ist ein Glaube, der eine Zusatzquelle hat, die den Glauben verändert. Ähnlich wie manche Gruppierungen, die tatsächlich ein zweites Buch noch haben, wie die Mormonen vielleicht, die durch das Buch Mormon auf einmal ganz andere Gedanken mit einbauen in ihren Glauben. Solchen Rang haben eigentlich die Schriften Rudolf Steiners hier. Man merkt, das hat Auswirkungen auf die ganze Theologie. Anstelle des Schöpfungsglaubens tritt hier die Lehre, dass diese stoffliche Welt sich entwickelt hat. Am Anfang war alles irgendwie Geist und dann ist die Materie entstanden und am Ende wird alles wieder Geist werden. Das ist ein typisch gnostisches Schema. Geist und Stoff sind so die entscheidenden Dimensionen. Das ist das eigentliche Weltendrama, wie wir aus Materie wieder zum Geistigen durchdringen können. Das führt dann auch dazu, dass manche Sonderlehren mit eingebaut werden, die wir sonst nur so aus fernöstlichen Religionen kennen. Die Anthroposophie und auch hier die Christengemeinschaft ist sehr offen für einen Reinkarnationsgedanken, dass man auch wiedergeboren werden kann in einem neuen Leib. Der Karma-Gedanke, dass man sozusagen seine guten Taten und schlechten Taten mit sich trägt und aufarbeitet, das findet sich so in der Bibel nicht. Die Geschichte, die wir von der Bibel her kennen, als einen dramatischen Dialog zwischen Schöpfer und Geschöpfen und wie kommt Gott mit seiner Schöpfung ans Ziel, ist hier eher ein langsamer Prozess, um aus dieser Materie Verfallenheit zum Reingeistigen wieder durchzudringen. Und gerade was wir Evangelischen auch sehr stark entdeckt haben, dass die Kerngeschichte eine Geschichte von Schuld und Versöhnung ist, das wird hier sehr sozusagen in den Hintergrund gedrängt. Eigentlich geht es um Materie und Geist. Und vor allem wird es deutlich in der Stellung von Jesus Christus. Er wird sehr stark thematisiert, er kommt ständig vor. Christus hat eine zentrale Stellung, aber für die Christengemeinschaft ist er eine Art hoher Geist, der sich letztlich auch nur für drei Jahre mit dem Jesus von Nazareth verbunden hat, mit diesem Leibmenschen sozusagen. Er hat sich in ihnen inkarniert, ist am Kreuz gestorben und hat dort durch den Kreuzestod die Menschheit durchgeistigt, hat die Aura der Erde verändert und dadurch ermöglicht, dass die Menschheit jetzt wieder die Kurve zu einem geistigen Zustand findet und auch jeder einzelne Mensch seinen eigenen Geistesfunken sozusagen wieder erwecken kann und seine eigentliche Bestimmung erfährt. Letztlich kommt darin zum Ausdruck, dass die Schriften Rudolf Steiners und seine Ansichten einen massiven Einfluss auf die Theologie haben und bei aller Rede, dass man in der Christengemeinschaft glauben kann, was man möchte und dass Lehrfreiheit besteht und kein Dogmenzwang, ist es doch ganz eindeutig, dass Rudolf Steiners Weltsicht eine Interpretationsbrille ist, die die ganze Theologie von der Christengemeinschaft prägt und damit wird Rudolf Steiners Rolle massiv überhöht. Er wird sozusagen eine Art endzeitlicher Prophet, der uns sagt, wie man richtig glauben soll. Diese Rolle kann kein Mensch für sich beanspruchen. Wir kommen noch zu ein paar weiteren Aspekten, um so ein rundes Bild von der Christengemeinschaft zu verstehen. Die Christengemeinschaft ist nicht nur eine kirchliche Bewegung, die Gottesdienste feiert, sondern sie engagiert sich auch sozial. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat man Altenheime aufgebaut, Pflegeheime. Seit 1960 gibt es einen Verband der Sozialwerke, der Christengemeinschaft. Dort wird solche Alten- und Pflegearbeit gemacht, Hospizarbeit teilweise und außerdem engagiert man sich in der Durchführung von Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten, Fortbildungsreisen, Mitarbeiterschulungen. Also ein vielfältiges Angebot für die Mitglieder der eigenen Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Also man kann sagen, diakonisch sind sie sehr aktiv. Jetzt direkt missionarisch sind sie nicht aktiv. Es wird nicht aktiv missioniert. Es wird nicht darauf geworben, Mitglied bei der Christengemeinschaft zu werden. Also keine Straßeneinsätze oder irgendwas in dieser Richtung. Die spannendste Frage ist, wie die kirchlichen Beziehungen aussehen. Und das ist jetzt wirklich etwas fast Tragisches, kann man sagen, weil es gibt manche kirchlichen Gemeinschaften, die haben bestimmte Sonderlehren und die wollen auch gar nichts mit anderen Kirchen zu tun haben. Hier ist es anders. Die Christengemeinschaft möchte sehr gerne mit anderen Kirchen zusammenarbeiten. Sie fühlen sich als ein Teil der Weltchristenheit. Das ist auch da im Glaubensbekenntnis und so auch schon so formuliert. Es gibt so die eine Weltkirche, die unsichtbare Kirche, zu der alle gehören, die sozusagen eine innere Verbindung zu Christus haben und sie erkennen deswegen auch andere Kirchen gerne an, sprechen denen den Glauben nicht ab, sie verwerfen sie nicht, sie polemisieren gegen niemanden, sie haben nichts gegen irgendwen. Sie bejahen auch die Basisformel des ökumenischen Rats der Kirchen und sie erkennen die Taufen von anderen Kirchen an und sie wären gerne ein Teil dieser Weltchristenheit. Und gleichzeitig ist es so, dass sie kein Teil dieser Weltchristenheit sind, weil sie es nicht dürfen, weil die anderen Kirchen alle sagen, wir lassen euch keinen Teil dieser Weltkirche sein. Sie werden von fast keiner anderen Kirche auf der Welt als christliche Kirche anerkannt, weil alle anderen Kirchen sagen, hier liegt ein völlig anderes Glaubensverständnis vor und in vielen theologischen Fragen sind wir nicht einer Meinung und vor allem auch das Taufverständnis unterscheidet sich grundsätzlich von dem, was andere Kirchen sagen und denken. So ist es also bis heute so, dass die Christengemeinschaft kein Mitglied ist in der Ökumene, nicht zum ökumenischen Rat der Kirchen gehört und auch kein Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist. Es gibt ein paar lokale ACK-Gruppen, die gestehen der örtlichen Christengemeinschaft zumindest einen Beobachterstatus zu, aber soweit ich weiß, ist sie nirgends oder nur an ein, zwei Orten in Deutschland Mitglied in einer lokalen ACK und in der deutschlandweiten ACK ist sie kein Mitglied. Die evangelische Kirche in Deutschland erkennt die Taufe der Christengemeinschaft nicht an. Also es ist ein sehr unausgeglichenes Verhältnis. Sie würden gerne mit den anderen zusammenarbeiten, aber die anderen Kirchen lassen sie nicht sozusagen. Und die Frage ist, warum ist das so? Ist das richtig, dieser Umgang mit der Christengemeinschaft? Ich selber bin hier in Marburg in der lokalen ACK auch im Vorsitz und wir haben viele Jahre darum gerungen. Es gab einen Mitgliedschaftsantrag der örtlichen Christengemeinschaft hier in Marburg. Sie hätten gerne die Mitgliedschaft in unserer ACK bekommen. Wir haben uns jahrelang damit beschäftigt und sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht aufgenommen werden als Mitglied in unserer ACK und dass auch die Feier gemeinsamer Gottesdienste eigentlich nicht möglich ist. Woran liegt das nochmal auf den Punkt gebracht? Es liegt nicht daran, dass irgendetwas an der Organisation zu kritisieren wäre, an der Struktur oder sogar an den Menschen oder so. Nein, es geht nicht um soziologische Fragen, um menschliche Fragen, um soziale Fragen, wie es manchmal bei anderen Sondergemeinschaften ist, dass man da kritisiert, dass Mitglieder zu sehr bedrängt oder ausgenommen werden oder so. Nein, es wird anerkannt, die Gemeinden der Christengemeinschaft, daran gibt es erstmal gar nichts zu kritisieren. Es gibt transparente Strukturen, die Mitglieder, die Menschen, die man kennt, denen man begegnet, sie sind authentisch, liebevoll, tolerant, reflektiert. Also im menschlichen Umgang ist da gar nichts zu kritisieren. Es geht rein allein um die Theologie. Die Theologie der Christengemeinschaft ist durch den überragenden Einfluss der steinerschen Anthroposophie sehr synkretistisch geprägt. Also es ist ein Mischglaube. Biblische Inhalte werden ständig vermischt mit gnostischen Interpretationen, mit fernöstlichen religiösen Elementen. Und durch diese Vermischung verändert sich aus Sicht der evangelischen Kirche der Glaube. Das ist nicht mehr der gleiche Glaube, den die evangelische Kirche glaubt. Es muss also konstatiert werden, es ist eine bewusste Uminterpretation des christlichen Glaubens. Und es ist ein anderer Glaube, über den man dann auch nur ganz schwer diskutieren kann, weil die Texte von Rudolf Steiner fest zementiert sind, weil sie nicht verändert werden dürfen, weil die Liturgie ganz fest steht und nicht hinterfragt werden darf. Und deswegen ist ein Dialog im Sinne eines, wir könnten uns aufeinander zu bewegen, letztlich nicht möglich. Das wird dadurch verhindert. Das ist auch für mich so die Antwort auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe, warum hat die Christengemeinschaft heutzutage keinen größeren Zulauf, obwohl das doch so in den Zeitgeist passt, diese Offenheit für viele verschiedene Mischformen des Glaubens. Aber die feste Liturgie, würde ich sagen, ist da ein großer Stolperstein. Die Gottesdienste wirken, schon auf einen evangelisch-kirchlich-liturgisch vorgebildeten Christen wirken sehr seltsam und für einen nicht-kirchlich geprägten Menschen noch mal umso mehr. Da findet man nur schwer einen Zugang, außer man hat wirklich irgendwie inhaltlich total das Feuer gefangen. Von daher muss ich so als Fazit sagen, man kann als evangelischer Christ, als Christin zwar gerne im Rahmen von kulturellen Vorträgen, von künstlerischen Angeboten an Veranstaltungen der Christengemeinschaft teilnehmen. Da gibt es super Angebote, da können wir sehr viel lernen. Die Christengemeinschaft hat da wirklich einen Fund, was es kaum so in anderen christlichen Kirchen gibt, gerade der Sinn für das Ästhetische, für das Künstlerische, für das Philosophische. Also man kann mit Mitgliedern der Christengemeinschaft gerne Umgang pflegen, sehr wertschätzend miteinander umgehen, aber man kann eigentlich nicht reflektiert an einer Feier der Kommunion im Rahmen einer Menschenweihehandlung der Christengemeinschaft teilnehmen als evangelischer Christ. Das wäre aus meiner Sicht nicht ratsam, weil es eben doch ein anderer Glaube ist, der darin zum Ausdruck kommt. Von daher ist es auch letztlich nicht möglich, so ein gemeinsames christliches Zeugnis darzustellen im Sinne eines ökumenischen Gottesdienstes, den man vielleicht gemeinsam feiert mit einer Christengemeinschaft. Das passiert nicht und das hat seine Gründe, warum das nicht passiert. Ich habe versucht, das ein bisschen deutlich zu machen. Für mich selber ist es tragisch, weil ich die Menschen, die ich kenne von der Christengemeinschaft, persönlich sehr schätze und viel von ihnen lerne. Aber die inhaltlichen Fragen müssen halt klar angeschaut werden. Ich hoffe, das hilft etwas zum Verständnis und zur Orientierung. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr etwas ergänzen wollt oder richtigstellen. Ich bin auch nicht der Super-Experte. Gerne kann man mich auch belehren, wenn ich etwas falsch dargestellt habe und das in den Kommentaren richtigstellen oder noch weiter nachfragen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, jetzt ein etwas klareres Bild von der Christengemeinschaft zu bekommen.